Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Masterplan von Ringo111. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Masterplan von Ringo111. Das Ganze erscheint am Freitag, den 13. Dezember. Wir haben hier mal wieder ein Release aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie man schon sehen kann, es ist ein eher ungewöhnlicheres Unboxing. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, ist es hier noch nicht die Box an sich, sondern so ein Preview, so ein mehr oder weniger Promopaket. Und zwar haben wir hier Teile der Box, aber eben noch nicht die gesamte Box, die erscheint eben erst am Freitag. Werde ich euch natürlich auch noch vorstellen, aber ich habe vorab einmal ein kleines Päckchen zugeschickt bekommen mit Inhalten aus der Box, um euch mal vorab so einen kleinen Einblick zu geben. Ja, es geht um das Release von Ringo111 Masterplan. Dieses erscheint am Freitag, den 13. Dezember und von Labelseiten habe ich da vorab mal dieses Päckchen hier zugeschickt bekommen. Wir haben hier diverse Inhalte, unter anderem haben wir so ein Döschen, zu dem kommen wir dann gleich. Dann haben wir hier vier Sticker und noch ein, zwei, drei, vier Zettel. Also, wir schauen mal ganz kurz hier, nur damit ihr Bescheid wisst. Hier lesen wir einmal Ringo111 Masterplan. Hier ist dann das Anschreiben. Hey Jonas, wie bereits bei Insta angekündigt, nun vorweg eines unserer zehn roten Exemplare des Mini-Pusher-Handys. In der Box wird es das Handy in Dunkelblau geben. Anbei findest du auch noch ein paar Infos zu Ringo111 und dem Album. Viel Spaß mit dem Handy, liebe Grüße Julia. Ja, okay, also das zur Info. Handy konnte ich jetzt hier keines sehen, aber nachdem sich das ja Mini-Pusher-Handy nennt, ist es eventuell tatsächlich in diesem kleinen Döschen hier. Schauen wir mal. Wir haben einen weiteren Zettel und zwar haben wir hier die Infos, nehme ich an, jawohl, die Infos zur Box. Also, limitiert auf 500 Boxen, so wird sie dann aussehen. Sehr schön. Also, alleine das ist schon für mich ein Pluspunkt, dass man hier wirklich transparent arbeitet und schreibt, es gibt davon 500 Stück. Das würde in meinen Augen allen gut stehen, diese Info, weil man dann einfach weiß, woran man ist und wie viele Boxen da im Umlauf sind, ist die Frage. Ich glaube, die meisten Rapper-Egos verkraften das eher nicht so, aber schauen wir mal. So, was lesen wir hier? Wir haben hier einmal natürlich die Box abgebildet, dann haben wir rechts das Album-Cover und dann hier, das dürfte dieses Mini-Pusher-Handy sein, Limited Dope Box nennt sich das Ganze. Das ist der Inhalt, der dann in dieser Box zu finden sein wird. Wir haben einmal Masterplan, also das Album auf CD natürlich, dann eine Instrumental-CD, Mini-Pusher-Handy, Kali-Dose, 3x2-Sticker, Visitenkarte, Autogramm. Release-Date ist, wie gesagt, der 13. Dezember 2019. Okay, und dann haben wir hier noch weitere Infos, was es mit diesem Handy auf sich hat. Okay, das ist für mich ja neben dem Album eigentlich dann so der Hauptinhalt der Box, deswegen werde ich euch das mal ganz kurz hier vorlesen. Mini-Pusher-Handy, der winzige Nokia 3310-Klon, ja voll, genau, so sieht das aus. Ich dachte mir schon, woran mich das erinnert. 3310, kennt glaube ich auch jeder. Ist das perfekte Drogendealer-Handy, es ist aber auch für Häftlinge oder diejenigen geeignet, die ihren Ex-Freund, Ex-Freundin stalken und oder regelmäßig Geiselnahmen durchführen und Lösegeld per Telefon erpressen. Allerdings kann es auch theoretisch von Menschen genutzt werden, die damit einfach telefonieren, SMS schreiben, sich wecken lassen oder einfach damit Musik hören wollen. GSM-Handy, keine GPS-Ortung möglich, Low Radiation, schwer von Frequenzscans zu erfassen. Bluetooth-fähig, zum Beispiel als Lautsprecher für Musik durch Verbindung mit dem Smartphone zu verwenden. MP3 und MP4-Player unterstützt Dual-SIM-Karte plus Micro-SD-Karte. Interner Speicher 32 plus 32 M, Akku, Lithium-Ionen-Akku, 3 bis 5 Tage. Boss-Proof, Beat-the-Boss-Phone wird beim Schmuggeln ins Gefängnis nicht von Körperscannen erfasst. Voice-Changer, Mann-Frau-Kind im Menü unter Extras einzustellen. Okay, also das sind jetzt so die ganzen Details, die Infos zu diesem Handy, wie das gedacht ist, was das so für Eigenschaften und Extras mit sich bringt. Respekt, nicht schlecht. So, dann haben wir noch einen weiteren Zettel. Das ist ein umfangreicher Steckbrief, beziehungsweise eine Beschreibung des Künstlers. Also so sieht der gute Mann aus, um den es hier geht. Ringo 111. Und dann haben wir hier einen, ja, mehr oder weniger Steckbrief, eine Beschreibung des Mannes. Die werde ich euch jetzt im Detail natürlich ersparen, das wäre sonst viel, viel zu lange. Aber ich fange euch das hier mal kurz ein, dann könnt ihr euch das Video natürlich gerne kurz anhalten, wenn euch das interessiert, und im Detail durchlesen, werde ich dann auch noch im Anschluss machen. Okay. Und dann haben wir noch eine weitere Seite. Und zwar haben wir hier wohl die Infoseite zum Album Masterplan. Okay. Das ist vielleicht nicht unrelevant. Und, jawohl, das ist scheinbar eine Beschreibung von Ringo 111 über sein Album. Das Album ist der Anfang von etwas ganz Großem. Und ich wünsche mir, dass jeder dem Tape eine Chance gibt. Viele Leute lernen mich kennen und sagen dann, dass ich ganz anders sei, als sie mich eingeschätzt hätten. Ich will, dass die Leute gerade in der heutigen Zeit keine Vorurteile haben, sondern sich das Tape anhören und dann eine Meinung über mich bilden. 111 ist jetzt endlich am Start und Faruk wird niemals vergessen. Es ist eine Liebe, die wir teilen. Parallel zum Album Release sind Kooperation Flying Dutchman. Ah ja, okay. Also texanischer Tee, eigene CBD-Sorte. Gut. Alles klar. Also, jede Menge Infos, jede Menge Zettel hier dabei. Die haben wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir zu dem Boxinhals zumindest, zu Teilen des Boxinhals. Also, wir haben zum einen hier mal Sticker dabei. Einmal hier einen etwas kleineren Sticker, hier in schwarz und weiß. Quadratisch hier das Logo von Ringo111. So sieht das aus. Dann haben wir diesen Schriftzug hier. Auch wieder quadratisch in weiß und schwarz. Sieht so nach Tag aus. Dann hier ein Sticker, kreisförmig. Also, der lässt sich dann hier so rauslösen. Und hier haben wir Dope Man stehen. Ist ja auch einer der Tracks auf dem Album. Ringo111. Also, hier ist seine Instagram-Kennung. Okay. Und das ist kein Sticker, das ist ein Zettel. Texanischer Tee, sicher dir 10% Rabatt. Gutschein-Code RingoConnection, FlyingDutchman.shop Okay. Also, das ist eben dieses Produkt, das auch schon auf dem Zettel da angedeutet wurde. Aber, jetzt kommen wir endlich zu dem Produkt, um das es eigentlich geht. Und zwar zu dieser Dose. Wie ich das jetzt verstanden habe, wird auch die Box, wir haben es ja gesehen. Moment. Die Box an sich dann auch in diesem Design sein. So sieht die dann aus. Also, sieht echt so aus wie so eine Metalldose, wie so eine Aludose. Wir haben hier noch so eine Plastikkappe, so einen Verschluss. Hier haben wir wieder Ringo111 und Masterplan stehen. Das geht dann hier auf. Und darunter kommt dann die eigentliche Dose zum Vorschein. Auch hier wieder entsprechend beschriftet. Albumtitel, dann das Logo von Ringo111 und dann noch hier einmal der Tag. So sieht das von unten aus. Und das Ganze lässt sich dann hier, wie man es kennt, öffnen. Hier ist sogar noch so eine kleine Skizze, die uns erklärt, wie das aufgeht. Wir werden das jetzt einfach mal aufreißen. Und ich hoffe dann doch, dass wir das Handy hier vorfinden. Ja, jetzt hat sich bei mir der Verschluss hier leider gelöst. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich hier mit dem Messer etwas nachhelfen kann. Ansonsten muss ich dann eventuell doch noch einen Dosenöffner holen. Aber ich sehe schon, dass da was zum Vorschein kommt. Das Telefon. Und jetzt versuchen wir hier noch, muss ja gar nicht ganz aufgehen, einfach nur hier ein bisschen. Ja, das schaut gut aus. Oh ja, das sollte ausreichen. Also, wir haben hier tatsächlich in dieser kleinen Dose Kabel, Zeugs, einmal und das Telefon. So sieht das aus. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das hier noch rausbringe, da es ja noch etwas versperrt ist hier von dem Metall. Weil, gar nicht so einfach. So, jawohl, jetzt funktioniert es. Also, den Dosendeckel habe ich hier mal ganz brutal aufgeschnitten, aufgeknackt. Aber, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben hier das Kabel. Und dann haben wir noch eine Gebrauchsanweisung. Okay, also, die werde ich euch auch mal ersparen, aber die ist natürlich dabei. Damit könnt ihr dann diverse Sachen noch nachlesen. Und hier haben wir dann auch noch eine Luftpolsterfolie, in der das Ganze eingepackt ist. Werden wir auch mal ganz kurz hier einschneiden, um dann entsprechend hier an den Inhalt zu kommen. Ziemlich gut verpackt. Aber jetzt. So, wir haben es geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben, das ist tatsächlich ein Telefon. Das ist so ultra klein. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, aber so, kleinen Moment. Das ist ein Telefon, wie wir es heutzutage verwenden. In diesem Fall ein iPhone 7. Und das hier, also es ist echt ein Bruchteil dessen, ist dieses Mini-Pusher-Handy. Also, Mini ist es auf jeden Fall. Was haben wir hier noch auf dem Display? Eine Folie. Remove yellow film on battery before use. Okay. Ja. Gut. Es sieht tatsächlich aus wie so ein kleines 3310. Ist in rot gehalten. In der Beschreibung stand ja, dass es dann in der Box in blau sein wird. Ich glaube, dunkelblau. Das freut mich jetzt auch schon mal richtig. Das bedeutet, ich habe mit diesem hier ein, ja, mehr oder weniger Unikat. Hier lesen wir dann Masterplan, also das Logo von Ringo natürlich. Nicht Masterplan, das Logo. Oben haben wir dann hier noch so sechs Öffnungen. Und hier dann scheinbar der Anschluss. Bedeutet, man kann das Ganze dann hier anschließen mit USB. Und dann kann man das hier laden. Es ist nur die Frage, dann kann man das hier tatsächlich in Betrieb nehmen. Jetzt muss ich hier irgendwie das Ganze aufschieben. Aber in welche Richtung ist die Frage? Bin ich jetzt gerade etwas überfordert, wie das hier am besten aufgeht? Und jetzt, ja, jetzt habe ich es. Ja, noch nicht ganz. So, aber jetzt. Also, es ist nicht zum Schieben, sondern es ist hier wirklich abzunehmen, der hintere Teil. Und dann haben wir hier eine Batterie. Und mit dieser Batterie können wir das Ganze dann in Betrieb nehmen. Bedeutet, die kommt raus. Dann werdet ihr hier drin so einen gelben Film, so eine gelbe Folie vorfinden. Und das könnt ihr dann ganz einfach abnehmen. Dadurch hat dann hier die Batterie entsprechend Kontakt. Hier haben zwei SIM-Karten Platz, also Dual-SIM. Und dann kann man das Ganze dann entsprechend in Betrieb nehmen. Ich bin sehr gespannt. Und werde das Ganze dann auch nochmal ausprobieren. Und versuchen damit zu telefonieren. Also, das ist der Inhalt. Wie gesagt, in der regulären Box ist da noch ein bisschen mehr drin. Aber unter anderem findet ihr dann eben diese Dose, das Handy und diverse Sticker da drin vor. So wie natürlich auch die Visitenkarte, die Autogrammkarte, die Instrumentals zum Album und das Album an sich mit 16 Tracks und 7 Features. Jawohl, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Boxinhalt? Wie gesagt, es war noch nicht der Ganze. Da kommt noch einiges dazu. Aber was haltet ihr von dem, was ihr bis jetzt schon sehen konntet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ringo111 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.